Tja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute, hier sind wir im Hintergrund. Wir suchen gerade einen Rank, heute bin ich nicht alleine, heute ist einmal Memo mit dabei, was geht? Geht. Dann ist Paul mit dabei, was geht? Was geht? Dann ist Fresh mit dabei, was geht? Was geht? Und Akaym ist auch wieder mit dabei, was geht? Was geht, Freunde? Freut mich, dass ihr mit am Start seid. Freunde, schreibt jetzt ganz, ganz schnell unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise einfach in die Kommentare, schreibt da einfach rein, was wir für eine Map bekommen. Aber wir kriegen einen Theme-Pack, okay? Weil das Ding ist, wir kriegen ja eigentlich immer Herford-Base, gerade mal ausnahmsweise nicht. Freut mich auf jeden Fall. Wenn euch auf jeden Fall das ganze Rank gefallen sollte, Freunde, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, lasst jetzt gerne ein kostenloses Abo da. Und ansonsten, Freunde, würde ich sagen, gibt es hier nochmal das neue 16-Kill-Game vielleicht. Ja, das kann schon durchaus sein. Also ich werde auf jeden Fall heute, wenn er nicht gebannt wird, nur Jack-El spielen. Das ganze Rank, weil der absolut broken ist. Der ist wirklich absolut broken. Und Freunde, bevor wir anfangen mit dem Video, möchte ich doch mal ganz kurz was sagen. Und zwar heute ab 16 Uhr wird es nochmal einen klaren Bewerbungs-Stream geben. Deswegen, falls ihr Bock habt, ähm, ja, dabei zu sein und vielleicht in den Clan zu kommen oder ähnliches oder so. Oder einfach zu zocken, kommt auf jeden Fall gerne auf den Team-Speak. Äh, auf den Team-Speak. Junge, was ist los mit mir? Kommt einfach gerne in den Stream, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal und da werden wir auch einfach ab 16 Uhr so zwei Stunden Interns machen. Okay, Freunde, auf geht's, Runde startet. Ich, ne, ich wollte gerade sagen, wir können nochmal Spawn picken, aber das lohnt jetzt gar nicht mehr. Schon zu spät, leider. Aber hier kommen auf jeden Fall welche hinten. Also ich habe auf jeden Fall bis jetzt schon mal Richtung Kaffee gehört, Jungs. Main ist irgendwo in den Twitch. Ich höre die hier. Bar from Main irgendwo hier. Oder die ist unten in diesem kleinen Raum drin. Ich weiß nicht, wie der heißt. Okay, der Hedge ist offen. Ähm, Train. Bei mir pushen zwei. Wo? Was ist bei mir? Drugslip, drugslip. Einer drinnen. Zwei Train, habe ich unabhängig. Guck mal eben nochmal Hedge. Die machen, die wollen, die machen Trains auf. Wachen Trains auf. Ist offen, ist offen. Trains ist offen. Ja. Er kann. Ich bin so vier. Ja, die steht genau hinter der Bombe. Ich sehe sie nicht. Noch ne Flash. Noch ne Flashnetz. Memo, du guckst links, ich guck rechts. Rücken, an Rücken. Einer hat sich gedrohnt. Echo. Pass auf, es könnte auch einer vom Kaffee kommen. Down. Firmheit. Raum rum. Einer, einer Kaffee. Close. Sophia, Sophia. Close, 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 du kannst mich covern. Bro, du hättest dich doch easy refragen können. Digga, das hat viel zu lange gedauert. Du stehst ja die ganze Zeit auf Stairs. Ich hätt nicht mal sterben müssen. Ey, Kaffee. Ein Outspot. Patcher. Der ist völlig los. Markiert. Catcher. Schade. Okay, Freunde, let's go. Nächster Round. Okay, da ist keiner. Ich hoffe nicht, dass... Ich glaube, die sind so welche, die machen das gleiche nochmal. Dass es funktioniert hat. Die machen genau das gleiche nochmal. Werden wir ja gleich sehen. Ich hab hier auch gerade was gehört. Oha, Memo hier, richtig ekelhaft. Ja, da kommt einer. Laufen doch. Vince. Nein, er pickt mich. Äh, South. 3. Hättest du saffen. Die haben hier eine Twitchzone wie der Innenzeit. Ich glaube, die wollen wieder Dings reinkommen. Junge, was ist das für eine? Jedes Mal diese Noeck. Hallo. Unten Kaffee. Trains, Trains, Trains. Junge, diese Maverick-Holes sind so scheiße broken, Alter. Die sind so viel zum Thema, die sind lauter, Digga. Ich stand genau daneben, hab's nicht gehört. So, Freunde. Dritte Runde. Auf geht's. Ne? Ich glaube, die werden wieder Kaffee kommen. Ich stelle mich hier hin. Schade, dass wir keine Blackree haben. Ich wurde gespottet. Ja, die drohen mich oben, Jungs. Ich hab die Twitchzone. Die wissen, wo ich bin. Bei Kaffee. Kann mir einer oben helfen? Ab, ab. Fein. Einer Kaffee noch. Trains, einer noch. Einer Kaffee. Einer Kaffee. Einer Kaffee. Trains. Er ist close. Er ist close. Ich hör'n, Memo. Äh, das war nicht mal der letzte, fuck. Outside. Äh, defuse, aber aus. Und jetzt. Einer downstaste. Auf ping. Kommt jetzt die Treppen hoch? Wir sind weg. Ah, gut. Ist es weg tot? Ist es weg tot? Ja, weg tot. Weg, outside. Äh, drag. Was? Was? Alles klar Digga, sie ist 60 HP so ungefähr. Woher wusste sie das? Wenn ihr peekt, dann pre-fired. Er geht wieder oben, er ist über euch. Genau. Er kommt Lobby. Main entrance, Main entrance. Und ping. Ping dich nicht wieder. Er hat keine Zeit mehr. Ja, aber du sagst ihnen, dass die... Oh, Spawnpeak hier. Train, Jungs. Train, Spawnpeak. Jetzt krieg ich gleich wieder 3000 Headshots die Sekunde. Ja, Spawnpeak. Ich seh ihn nicht. Er ist schon wieder drin, glaube ich. Wo? Nein. Er ist unten, Window. Wusste halt nicht, von welchem Winkel er müsste treffen können. Black window, Black window, Black window, Cap. Pass auf. Digga, bei mir ist alles voll dunkel, Mann. Bei euch... Warum ist das so? Hey, alles dunkel bei dir, oder was? Ja, viel zu dunkel. Ja, der macht doch Brightness hoch. Hab ich, ist hoch. Das liegt nicht daran. Ne, im Monitor. Ist 100, Digga. Achso, ja stimmt. Digga, ich hab dir die Settings gesagt. Ja, ja. Was ist das? Kaffee ist clear, Jungs. Einer Yellow. Ein Jäger ist jetzt runtergejumpt. Oh. Wo kann ich hier? Nicht sein. Nicht Kaffee rein. Ich hoffe, die haben nichts irgendwie mit... C4 unten. Und, Wacke. Pass auf. Du kannst das deaktivieren. Einer Block, Einer Block, Einer Block. Oh Gott. Benefiegt da links in der Box. Ähm. Noch einer auf Mainstairs. Bro, willst du mich komplett farschen? Einer injured. Einer injured Mainstairs. Hier ist doch ne Kev auch down. Nur noch einer. Maestro ist da runtergejumpt. Schön, Digga. Junge, ich war so unlucky die letzte Runde. Davor, Digga. Ey, die Kev ist jetzt unten. Unten Main Hallway. Auf gehts, Freunde. Ich glaube, wir werden wieder fahren. Pass auf. Kev? Ja, Kev hat gerade schon... Wo? Drug Window? Drug Window. Ja, die ist Main, ne? Ja. Bei den Barrels, Barrels, Bompeak, Kavira. Kannst du sie beschäftigen? Kann ich sie vielleicht von hinten holen. Wo, Memo? Nur noch Barrels. Ich seh da halt gar nichts. Die haben ne... Die haben ne Frost... Ich halte auf den Eingang, Memo. Von dem Room. Schön. Ach, schön. Schön. Der Trank, Kahn. Habt ihr den Barrels? Ja. Ja, die Kämpfe ist schon. Maestro... Maestro... Kann einer Trank kurz drohen bitte? Ja, mach halt. Ich seh hier keinen. Ist clear? Müsste clear sein. Ich hab auch Maestro-Camp schon im Train. Schon weiter. Ok, nice. Ich hab noch ne Echo. Äh, Frost Memo. Hm. A Maestro. A Toilet. Hast du noch ne Toilet? Ich wurde gespottet. Ich wurde gespottet. Bin Echoed. Pieken wahrscheinlich gleich. Bin ich alleine in Train? Nee. Alles gut. Ich bin so langsam. Junge, wir müssen irgendwie diese scheiße Echo Drohne wegholen. Ich bin spottet, Alter. Da. Echo Drohne kommt zu dir. Junge. Fuck mich nicht ab mit deiner Echo Drohne. Echo. Junge! Fuck der mich ab mit seiner Echo Drohne. Der hat 1000 Stunden mit Echo gefühlt. Hab die Echo Drohne. Schön. Schön. Nochmal Echo. Kann nur auf Köpfe zählen, nicht auf Echo Drohne. Hier, da eine. Hast du? Da unten. Frost unten, Digga. Wer war mit dir unten? Ich hab gerade rauf geschossen. Die ist down. Beide, beide, beide Frost down. Äh, beide Echo. Jungs, die Frost war unten. Wo unten? Ja, wo Fresh Gamer war. Zwei sind rechts im B. Haunted, irgendwo Haunted. Irgendwo Haunted. Da war irgendwo Maestro, pass auf. Wir haben noch 50 Sekunden Jungs, wir müssen noch 4 Leute töten. Einer auf Stairs. Meist auf Stairs. Meist auf Stairs. Frost dead von hinten. Warte. Ist Frost down? Ich versuch mal. Frost strapped, fuck. Eine, eine rechts. Die haben direkt aufgefühlt. Den ist da, Echo. Was ist für das? Direkt rechts. Die haben aufgefühlt. Also wenn ich reinspringe, direkt rechts. Ja, aber der ist ganz hinten rechts. Bei der anderen Bombe. Ja, aber der ist ganz hinten rechts. Ich kann planten, Jungs. Ich planten, covered mich. Ich muss den durchkriegen, sonst haben wir verloren. Schön. Haltet einfach. Links, links in der Ecke. Der ist da geradeaus durch, oder nicht? In dem Raum, in dem Raum. Ja, ja. Bro, ich hab geschossen und ich hab dich ge... Paul, wieso machst du deinen Aim da weg? Ich sag doch links in der Ecke. Ich wusste nicht mehr, ob er da war, weil er geschossen hat. Das haben wir gerade verloren. Mann. Das war die unverlierbare Runde zu verlieren. Nee, vom Hallway. Der ist vom F*** jetzt hier trainiert. Doch nicht? Eben gerade hat er da alles angeschlagen. Jetzt. Mega spät, Digga, wann der mal rausgeht. Junge, warum piekt der da so? Hundenberg, bleibt kurz. Ja, hier ist der Dock. Entweder müsst ihr Z4 baiten, oder... Ja, Dock, hier, ganz schön in der Ecke. Ist weggegangen. Ich guck. Ich guck, Dings. Ich guck, Kaffee rein. Kaffee, Ella. Piekt jetzt. Ella. Auf ping. Ella auf ping. Ella ist weg. Ging. Hat noch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Noch. Drei Ella trifft. Bennett down. Ich hab zwei. Da ist aber noch ein Ella direkt rechts. Ich geh wieder vor. Pullst du's nicht mal, Drack left? Geh rein, du kannst rein. Ella, Ella, Ella. Geh rechts. Geh vor. Ist down. Geh vor. Mainsters. One. Pullst. Ja, Pullst unten. 1 zu 4. Pass. Ein cockst du da ab. Ich geh dann links ran. Ein noch Mainsters. Dock Mainsters. Dock. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich geh wieder vor. Ich geh links. Hm. Echo, Echo Cam. Kaffee. Warte, ich warte kurz. Echo wieder. Ich halt Mainsters. Den Dock. Noch ein Echo Cam links. Seht ihn nicht. Ja, oder? Von hier nur kommt der, äh... Stairs, Stairs unten. Puls. Ja, Puls. Rotierter. Kommt der hoch, oder was? Ich geh vor. Ich glaube er gegen... Ich halte, ich halte den Engel. Pullt suit. Schön. Einer noch Main. Die Mainsters ist noch runter. Es ist keine Masse. Echo wahrscheinlich in Room. Echo Port. Dock ist... Wie ist der Dock in Room gekommen? Der war gerade auf Mainsters. Wie ist der hier so schnell in Room gekommen? Hä? Der ist doch nicht hochrotiert. Ich hab den ganze Zeit hingeguckt. Oder willst du mir sagen, der ist einmal hoch... ...gerannt. Also einmal außen rum, Digga. Hä? So, Freunde. Auf geht's. Chain? Äh... Äh... Den Raum, den wir... ...gar nicht verlieren konnten. Warte. Ich will... Nimm mal den Diskurser mit. Digga. Hätten wir das gewonnen hätt... Äh... Wärts schon zu Ende gewesen theoretisch. Ah, die lassen gerade ein bisschen nach. Du musst mit den anderen mitgehen. Nein. Wollen wir durch Kaffee gehen? Warte, ich guck Kaffee. Was soll ich auch machen mit Twitch schon? Meinst du? Kaffee... Kaffee ist clear. Krass rein. Okay, geh Kaffee rein. Trains hab ich aber nicht geguckt. Ich geh kurz Trains gucken. Okay. Kaffee auch clear. Also... Ich hab nicht in die Züge geguckt, aber... ...die Hallways... ...gecheckt. Kaffee... Äh... Jägers Mainsters. Jäger Mainster. Er ist ein Druglab jetzt. Jäger ein Druglab. Wo soll ich ihn handen gehen? Wo ist der? Druglab. Jäger Druglab links war er. Ah, links direkt. Warte, ich droh um dich. Ich droh um dich. Er hat meine Drohne. Lass mich vor. Lass mich vor. Crash. Boah, Digga. Dann komm wir wo? Ich hab dich rechts gehört. Also ich hab rechts was gehört. Ich wüsste nicht, dass du das bist. Jungs, schau mal. Lass mich mal vor. Wir haben wieder Echo. Echo Cam. Echo Cam. Echo Cam, ja. Der nervt mich wieder so hart mit Echo. Alter. Hab dich. Jungen nervt der. Ja, ja. Hab, hab, hab. Krank. Hier ist noch einer irgendwo. Ja, ich hole sie. Ja, ich hab's. Ich hab's. Nein. Vor allem, warum macht er das so jetzt? Weil ich ihn abgeschossen hab. Ich hab geprefied auf die andere Spot. Nein, nein. Das hat, das hat er jetzt schon zweimal so gemacht mit deiner Echo. Die so gewastet. Outside hier in Chain benutzt. Direkt hier rechts, direkt hier rechts. Ist Kapkan. Mhm. Mhm. Jetzt kannst du morgen allein springen. Mhm. Ja. Warte. 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 Ich muss ja noch aufheben. Ich guck. Barfum. Kapkan. Kapkan. Ich guck. Kann ich hier rein? Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck doch, ich guck rein. Die heben alle ab. Geht mal wenigstens irgendwo rein. Wir haben 10 Sekunden. Ah, es war so schlecht von mir. Mann. Bro. Ja, es war gerade eine richtig schlechte Runde von mir, Digga. Digga, es ist unglaublich. Du darfst aber auch nicht zu aggressiv sein. Woher weiß er das? Es kann es nicht sein. Er hält den unnötigsten Engel seines Lebens. Aktivieren aktiv. Oben er repelt sich an der rechten Kante von der Tür von fucking Kaffee. Wer macht sowas? Er. Komm hier oben rein. Es ist keiner mehr oben, Bro. Ja, da muss ich jetzt nach oben gehen. Weil ihr seid ja alle. Bei mir ist einer. Hier hinten. Woher war ich der? Es war so krass. Als ob wir das jetzt noch verlieren. Ash 20 Appel. Hier ist einer. Hier buffen. Ja, wo ist der? Waffe muss bei Ash. Also Ash buffen. Jungs, er macht von oben auf einen DK. Okay. Markiert. Hammer. Hammer. Unter dir. Lass. Hier seid da nicht. Haa. Bro, willst du mich verarschen? Ja. Keiner stimmt von mir. Hier. Hier Chip. Spieltelf. 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 Sei ruhig. Sei ruhig. Sei ruhig. Sei nicht so aufgeregt. 2 AP. Ok. Die sind low. Ihr habt es. Nice. Noch einer rechts. Bei Bethel, Bethel. Rom, Rom, Kaid. Wissen die, dass du da bist, Paul? Jo. Wissen die nicht. Rechts ist close einer. Da kommt die stairs runter. Ich guck mal eben mit. Hm? Hm, gar keine Kämpfe. Da ist eine HP, das Sledge, ne? Das Sledge, den hab ich 3000 Hits gemacht. Erplanted. Wirf ne Contact. Nein, gegen die Wand, gegen die Wand, ja. Beide low. Noch einer. Rechts, rechts, rechts. Hinter der Bombe. Oh. Nein. Schöner Kill, Digga. Schön. Uff, Alter. Hättest du mal den Kill, hättest du mal so'n Kill vorhin gemacht, Digga. Da hättest du mehr gebraucht. Ok, Freunde. Let's go. Auf geht's. Wir schatten direkt rein. Kaffee ist wendet. Ja. Wendet wieder raus gleich? Ist schon raus oder noch nicht? Nee. Wenden kann, dass ich ihn random mitkriege. Ok, Jungs. Das entscheidet jetzt alles. Also, rechts, aufschießen. Der Bandit ist da close. Ich hab jetzt keine Drohne mehr, Jungs. Also, Montage oder IQ, du müsstest rein drohen, ja. So was du? Ja. Mach' mal auf. Mach' mal auf. Stock of stairs. Stock stairs. Mach' mal auf. Pass' auf Montage, einfach anbindet. Ist der da immer noch? Ist Bandit Kaffee? Ich glaub' ich, rechts in der Ecke. Ich weiß es nicht ganz. Ich weiß es nicht ganz. Da ist Bandit. Hier ist Bandit. Hier. Reaktion der Airdreise. Hier. Alles zu 4 geworfen. Ist der da? Ist der da? IQ steht halt vor mir. Ich will IQ nicht in den Kopf schießen, Digga. Ich geh links. Ist er jetzt links? Er ist links bei den Stairs jetzt. Bin drin. Ich guck' rechts. Echo Cam. Echo Cam da. Ganz links. Ok, ich bin da drüber. Achtung, geh da nicht so offen rein. Echo Cam. Komm' zurück, komm' zurück, komm' zurück. Main Stairs bandit richtig Low HP. Ja, wer nicht. Wie ist denn der? Wie rollt sind die alle so schnell? Es ist oben. Wir haben auch noch eine Kev, Jungs. Passt auf. Harte, ich... Ich drone. Halt du das Window. Dann geh' ich wieder rein. Digga, der Echo ist unsterblich, Jungs. Ich brauch' Hilfe. Wo ist der? Wo ist der? Hinten, hinten hinter dem Schild. Ich kann nicht mehr peaken. Ich bin 1 AP. Ich kann nicht ohne jemanden raus. Hab' beide Echo Drugs. We move carefully. Digga, ich komm' hier nicht raus. What? Motti! Train, train, train! Trains! Ah. An der Endzeit. Digga, Jungs, ich sag' ganze Zeit. Hilft mir. Oh mein Gott, ich bin gedrobt. Er ist hinterm Schild einfach. Ich hab' noch 40 Sekunden, Jungs. Anders. Anna mains es. Rechtsfisch. Töhn. Der andere hinterm Schild. Eko. Töhn. Töhn, wichtig. Plant, plant, plant and cover. Töhn. Töhn, ich sag' Trains! Du gehst um ihr Ecke! Ich hab' 19 Sekunden. Komm' 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 Monti Deck. Halt einfach, halt einfach. Und nimm den Diffuser, schnell, 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 nimm den Scheiß Diffuser. Wo ist der Scheiß Diffuser? Jungs, Diffuser! Oh mein Gott, Jungs! Ja, der lag da im Hallway. Ja, ich habe gedacht, du wusstest das, deswegen habe ich nichts gesagt. Oh mein Gott, Digga! Okay, Freunde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn euch das ganze Rank gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Digga, das war hier ein ultrakrankes Rank gewesen. Also es hat auf jeden Fall unheimlich viele Nerven gekostet. Aber ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, euch hat es gefallen. Wir sehen uns ansonsten morgen wieder zu einem neuen Video. Denkt gerne an den Stream. Bis morgen, haut rein und peace!